Weil der einfach nur scheiße nubig war, der... Pass auf, der kommt jetzt zu G, der kommt jetzt zu G, der kommt jetzt zu G. Oh, ich seh's, Aua. Okay, das Ding ist im Arsch. Scheiße, und ich bin tot. Ja, der BTR auch. Ich leb noch, wow! Oh, jetzt ist er fast ins Wasser gefallen. Alter, jetzt kommt da einer von der Seite. Nee, dein Ernst, jetzt. Der BTR ist nicht kaputt. Der BTR ist noch heil. Pass auf, die stehen da alle bei... hinterm Zaun, Alter. Genau da, wo du jetzt bist, Alter. Pass auf, da ist noch einer. Achtung, ich werde jetzt den Rest geben! Äh, hä, hä. Da ist der Armo. Da, da sind welche! Pass auf, da um die Ecke. Pass auf, da ist ein Sniper und ein normaler. Einen Sniper hab ich noch erwischt und da wurde ich von den ersten A3-Wegsau umgenatzt. Ah, so Hans-Matic-Sau, Alter. Ich hab' zwei selten weggefickt, Mann. Ach, jetzt Maul. Jetzt selber der Maul, Arschloch. Selber. Mega. Mega, du. BTR, wir haben, wir haben das böse Wort im Mund genommen, jetzt müssen wir das Video sparen. Welches? Eric, hast du grad das F-Wort benutzt? Jude? Wacht, du, ich find's... Alter, nein, schon wieder! Verfick da, fick, fick, fick! Eric, hast du grad das F-Wort benutzt? Jude? Ey, als ich das das erste Mal gehört hab, ich hab' mich so weggeroffelt. Loll. Ah, nein, sag' nicht Roffle. Roffle? Roffle XD, Swag, Jodo Loll. Macht man mir schon mal mein BTR kaputt, ihr Wechsel! Oh, da ist ein BTR. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Geht weg! Oh, da kommt noch ein BTR. Alter, schieß mich nicht. Wenn ich den nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Oh, der hat mich wirklich nicht gesehen. Nice! Was ist der denn abgeprallt? Lenk den mal weiter ab, ich mach ihn von hinten kaputt. Achso, das ist der BTR und ich dachte, du wärst da drinnen. Weil ich dann nur deinen Namen sehe, weißt du. Schmein! Zünd, 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 scheißegal! Das hat nichts gebracht! Ja, weil's nur einer dran war, aber egal. Du hast zwei dran. Nein, da war einer dran. Da waren zwei dran, du Lappen. Du Lappen, da war einer dran, ich hab's doch gesehen. Da waren zwei dran, der hat mich nicht einmal getroffen, der Lappen. Ja, das ist das Ziel verloren. Over! Aha, Lauch. Lauchpanzer. Guck, ob der Typ am Leben da ist. Achtung, wir haben ein feindliches Leichtpanzer in eurem Gebiet gesichtet. Aufsache. Aufsache. Oh, scheiße, das Panzer. Ne, das Panzer. Ich sehe ihn und ich verfolge ihn. Bleib stehen! Nein! Der Lappen hat mich getötet. Heftig, Alter. 44er Magnum, schönen Anschluss. Ja, Panzer kann gut gehen. Boah, ich kann mir diesen Scheiß-Legs nicht zocken, wenn's Rennen da drauf. Oh nein, was ist das für eine Schuchte? Spawn da jetzt sofort, mach die Scheiß-Panzer kaputt, der repariert sich grad wieder. Was geht denn hier oben ab, ey? Ein feindlicher Leichtpanzer. Das Einsatzziel ist neutralisiert. Hallo! Ja, Hauptsache die Wiper, ey. Ja, 99. 99 fehlen. Hey, Lappen ist mein Wort, du Arsch. Lappen und Lauch dürft ihr nicht verwenden, das sind meine Wörter. Ja, kannst gerne haben. Lappen und Lauch sind meine. Läuche. Haben wir jetzt eigentlich rausgekriegt, wie das heißt, Lauch oder Läuche? Nö. Nää. Ich kann mal morgen meine Deutschlehrerin fragen. Es meinte weiß ich das eh nicht schon. Lehrerin, was ist die Mehlzeit von Lauch? What?! What? M16-A3, passt auf, Leute. Er ist tot. Ey, Roadkill, Roadkill, Roadkill! Alter, ich muss auch mal ein paar Roadkills machen. Warum ist mein Jeep jetzt kaputt? Was ist? Warum ist mein Jeep jetzt kaputt? Weil ein Typ ein paar Mal draufgeschossen hat. hauptsache mit der m 26 mass auf die distanz mit zwei schüssen ich schwanzlutscher genau es gibt nicht lustigeres als ein fettet das in eis einbricht habe ich recht pass auf pass auf äh moritz bei dir ist ein ähnter näher hinterm zauber ja ja ich hab ihn gesehen wo ist der lappen hingefahren ja hier hier vor mir alter kann mich einer retten ab ihn pass auf das wot wollen die alle von mir er ist heute alle wieder lustig drauf prozent bitch und ich stehe fünf zu zehn nummer verpackt hier ist eine da ist einer da habe ich einen gesehen du brauchst nicht so zu brüllen alter ich zocke nie wieder während ich rennen da mann es leckt so übertrieben ich kann die einzelnen frames sehen wenn ich schieße und wenn ich fahre dann geht es mir gar nicht klar holy schmoly oh schon wieder der battleboy was ist mit dem an was selbstmord ja scheiße ich renne gerade hinter den scheißpanzer her ich hab dich nur gerade sterben sehen und danke immer wiederkehren ich bin doch gerne für dich da das sind wir alle doch alle nicht oh god oh hi btr hallo ich zocke nicht mehr ja scheiße der tank hat mich gesehen mich auch lauf ja alter die oh alter wenn man ins app rins leckt mich doch am arsch alter es macht keinen spaß mit diesen lecks ja vor allem jetzt drehen sich ja alle auf c weißt du ja das ist der letzte punkt nein ich spawne und sterbe ey unser intro hat fast 50 aufrufe jetzt oh gott alter nur schrotflinten und panzer gehen mir auch so auf den sack alter geht die ganze Zeit nur bam 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 tot und und normal und normal und normal normal das war schlecht Wir haben einen feindlichen Leichtpanzer in eurem Gebiet geschichtet, Aura. Oh man. Ähm, es haben zwei Leute in unseren Kommentaren von dem Video geschrieben, dass es zu lang ist. Soll ich nochmal ein kürzeres machen? F*** Scheiß! Leute! Nein! Mach doch immer 15 Minuten Parts draus, Mann. Alter, es nervt. Es nervt unnormal. Scheißlein. Wir haben gerade das Einsatzstil neutralisiert. Tobi, jetzt ist die... Oder F. Ja, ich bin die F. Der F. F. Gib Gas! Kann einer bei mir sporen, Alter. ich fahr grad panzer hauptsache dass er wie ich gehabt mit drei schlissen kaputt gemacht ist es heißt die sorgen bleiben die kauf fern keiner nimmt uns die Die Philosophie! Kannst du mal aufhören, du nervst. Tada! Ja, Hauptsache, ey, diese scheiß LLVs. Vor allem, wie schnell ist der bitte wieder hier hingekommen? Ja, der ist hier hingekommen. Da hat er mich mit drei Schüssen zerlegt. Achtung, wir haben das Einsatzziel verloren. Ich wiederhole, wir haben das Einsatzziel verloren. Alter, ist das dein Ernst? Du hast voll den Gegner übersehen, der hat mich jetzt dank dir getötet. Danke. Gegner? Da vorne läuft er nach oben, der hat mich grad voll über den Haufen geschossen. Ich sehe keinen. Ich weiß nicht, was du meinst. Da! Es ist auch ein Scheißrohr, Sieso? Ich kann nicht über nichts mehr rüber springen. Der Panzer hat mich voll ignoriert. Der Panzer hat mich gesichtet. Renn mit eiserster Vorsicht weiter vor. Over. Ja, geil. Elimiert. Aber, ne. Ja. Es ist fertig gedownlo... Äh, fertig gerendert. Menz. 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 ist ja langweilig ich laute sich wohl ich muss noch kills mit dem ding machen ja ich hab das jetzt gesprengt wenn du da drin sitzt dann kann dir das ja nicht kaputt ja ich hab grad btr zerlegt ja was ist jetzt eigentlich besser das ist das gleiche nur in schwarz